Wie kann dem drohenden Sterben der Innenstädte entgegengewirkt werden? Das wurde von FDP-Landeschef Michael Theurer und der Reutlinger Landtagskandidatin der FDP, Regine Forer, gemeinsam mit Vertretern aus dem Einzelhandel, der Gastronomie und der Friseurbranche diskutiert. Frühlingshafte Temperaturen lockten in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen in die Reutlinger Innenstadt. Aber in welchem Zustand befindet sich diese nach rund einem Jahr Corona-Pandemie? Das wollte FDP-Landeschef Michael Theurer von den Unternehmern und Händlern in der Achheimstadt erfahren und folgte deshalb gerne der Einladung von Regine Forer, Unternehmerin und FDP-Landtagskandidatin für den Wahlkreis Reutlingen. Innenstadt heißt für mich eben Urbanität, das heißt eine gute Mischung aus Facheinzelhandelsgeschäften, aus Gastronomie, natürlich auch aus kulturellen Angeboten und das lieben wir ja alle so. Um diese Innenstadt-Idee aufrechterhalten zu können, brauchen die Händler und Gastronomen vor Ort laut eigener Aussage jedoch umgehend die notwendige Unterstützung. Ich würde sagen, dass für die Gastronomie und für den Handel dringend die zugesicherten Hilfen kommen müssen, dass wir dringend eine Perspektive brauchen, wie geöffnet wird. Betont Gastronom und Vorstand der Reutlinger Gastro-Initiative Uwe Grauer. Landtagskandidatin Regine Forer beurteilt den derzeitigen Zustand der Reutlinger Innenstadt wie folgt. Es ist eine Katastrophe momentan, da braucht man nicht drum herum reden. Wir wissen nicht, ob man das noch einmal hinbekommt in dieser Form, wie es war. Und da war es schon nicht gut. Die andere Katastrophe ist, dass ja immer kommuniziert wird, die Hilfen sind unterwegs oder gekommen und viele sind eben nicht gekommen oder nur in Abschlagszahlungen. Und die Leute stehen wirklich mit dem Rücken zur Wand. Um diese Situation zu verändern, haben die Freien Demokraten einen Sieben-Stufen-Plan entworfen, der nicht nur den Inzidenzwert berücksichtigen soll, sondern unter anderem auch die Intensivbetten und Impfkapazität im Land. Wir sagen, dass dann bei zurückgehenden Inzidenzen, also etwa unter 100 plus diesem dynamischen Faktor, können dann Kindergärten und Schulen wieder geöffnet werden, bei unter 50 auch Einzelhandel, Facheinzelhandel und auch die Hotellerie und auch die Gastronomie allerdings mit strengen Auflagen. Also wir haben dadurch eine konkrete Öffnungsperspektive vorgelegt. Außerdem sollen, geht es nach der FDP, die Finanzämter genutzt werden, um unbürokratische und somit schnelle finanzielle Rückerstattungen und Steuergutschriften zu ermöglichen, denn Das größte Problem ist, dass die Hilfsgelder sehr schleppend und sehr spät ausgezahlt werden. Also bei den vielen Kollegen ist natürlich ein Liquiditätsproblem das größte aktuell. Den Reutlinger Unternehmern, die maßgeblich zur Gestaltung der dortigen Innenstadt beitragen und dies auch weiterhin möchten, ist es vor allem wichtig, von der Politik gehört zu werden. Denn laut RT-Aktiv-Vorstand Christian Wittel ist die Situation erheblich schlimmer, als sie derzeit dargestellt wird.